100% Notiz an der gequälten Seele Die Melodie spielt pausenlos weiter Die Stimme singt vom Schmerz und Verlust Dinge, die ich kenne und ertragen kann Auch wenn sie von Horstmund singt, erfahre ich wahre Qual Eine Sehnsucht nach dem, das ich nie haben kann Das ist immer ein schönes Lied Gegenstandskraft, ah ja Nur hier denkt sie das Ist irgendwie, irgendwie so schön, aber irgendwie auch Ja, traurig, wie er sagte Und klar, wenn einer von Horstmund singt Bei Hades gibt es keine Horstmund, außer wir Besiegen, Hades endgültig Ja, mit BDM ein Hades oder was ohne Was ist das? Ah, aber die Flügel schubsen, ja Und ja, mit BDM es ist das Ich weiß nicht mehr, wie sie Es istги wollen, nein Ja, mir doch schon anbeten freut mich ja kriegt gott kratos lässt keine gefangenen und er ist auch kein leben ja ok auch da geschmissen werden werde ich von hartes befreien irgendwie richter der unterwelt wo die kette haben wir doch bei zeus gesehen ich habe mir zu stören oder er geht einfach verloren Ah, gut, er geht aber ohne uns verloren. Achso, nee, nee. Ah. Eine Nachricht schmückt die Tafel. Jene, die ein Urteil wünschen, müssen die Prüfung des Rehbos ablegen. Ähm, ähm, ja, kann ich machen. Prüfung ablegen, so, so. Ja, gut, geht, kann ich machen. Prüfung 1. Die verdammten Getrieben von Furcht können die Verlorenen in der Oberwelt ihren Sünden nicht entfliehen. Besiegen sie alle von neuen Seelen und die Scherchen, die ihr Schicksal bestimmen. Ja, was? Oh, geht schon los, okay. Werdet, dold, dold, dold. Sind die Prüfung, die vorher eingekündigt werden? und wenn er sagt da hilft dir selbst nicht für gott ja ich bin ja bin gott haben kein guter Gott, tut mir leid. Bin der erste böse Gott. Den Gott, die Menschenleben egal sind. Den Scheißgott. Ja, schon ein bisschen mehr irgendwo, ne? Hilfe, ich zeige. Nein. Ich bin da ganz tief in mich gegangen und, nö, ich helfe dir nicht. Hilfe und zwei, die Verlorenen. Warum steben die verdammten Seelen im Hades nach Erlösung, wo sie doch auf ewig verdammt sind? Vernichten sie umherwandende Seelen, bevor sie sich in Hades nach Erlösung haben. Okay. Was zum Fick bist denn du? Minotaurus, oder? Das Minotaurus? Ja, ja. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Lasst gut sein. Lasst gut sein. Lasst gut sein, Junge. Hör mal so. Da brennen wir schon. Ah. Hör mal hier. Durch den Lachs hier. Durch canoe, oder? Na, komm her. Komm her, komm. Dü, du, 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 du. Oh, das ist machst du nicht. Na gut, dann verstehe ich. Ist das auch nicht nimm. Nein, auslassen. Okay. Ich habe ihn. Äh, einmal einen Zahnarzt. Ich habe eine Zahn-OP. Einen Monotaurus-Stich, einen Monotaurus-Such zu erledigen, fällt immer gut, als ob sie... Oh, oh, oh. Oh Gott, hab ich auch wieder gewöhnt. Ich hab... Wollt nicht gesehen. Oh. Ah... Entzweit. Ja, bin gut durchgekommen. Typ 3. Die Auserwählte. Um ins Ergysium zu gelangen, bedarf es mehr als Beharrlichkeit und Stärke. Stellen Sie sich in Urteil und bewaren Sie Ihren Wert. Vernichten Sie alles. Ja, okay. Alles außer Tiernahrung. Äh, nee. Hallo? Äh? Aua! Ist doch um... Ja, er war halt so lange... Ja, brennen Sie sich. Ist ja eh nicht zu kämpfen, ist brandgefährlich. Wo ist das? Es ist total ne Brandgefährlich, weil ich ja... Hier sind Feuersätze. Warum? Der war jetzt nicht schlecht. Muss ich nicht zugeben. Der war schon geil. Nochmal. No, lass den Tick jetzt nicht. Was? Nein! Nein! Oh mein Gott. Bleib hier. Ich hab gerade hier geblieben. Ah, du Scheiße, nochmal. Hier geblieben. Arschloch. Geht denn jetzt? Rängel, Rängelrei. Ich geh den die Eier. Oh, fuck. Ja. Ähm, ja. Jetzt, glaube ich, nicht so erfolgreich. Okay, dann war die Zahn-OP. Das Karrie ist. Muss ich kurz mal entfernen. Easy. Oh, nice. Uh. Okay, speich ich aber kurz. Da kommen wir so gut durch. Warte, da muss ich kurz speichern. Ich wollte vorher mal speichern sollen, weil ich sie verliere. Das war ein bisschen doof sogar. Aber egal, ist ja gut gegangen. Ist es gut gegangen. Das ist das Wichtige. Die Tiefen des Hades. Das Hades verdient. Hades, Hades verdient. Ey, jetzt kannst du schwimmen. Das ist aber auch sehr, ne? Ob du schwimmen willst oder nicht kannst. Eine prächtige Bonte-Statue eines jungen Mädchens. Wollen wir tauchen? Darf ich nicht tauchen? Oder ist tauchen eine Fähigkeit, wo du Dinge brauchst, eine Fähigkeit, ähm, freischalten musst? Kann nein. Weil ich hab damals mit dem Ziel getaucht. Ich bin nicht gegründet. Ich bin nicht gegründet. König Radamante ist Hält dich für würdig Nun obblick mir König Minos Die endgültige Entscheidung Deine Zukunft Ist in Schatten gehüllt Das Reich des Jenseits Ist noch nicht bereit für dich Hinter dieser Tür Liegt dein Schicksal Okay ich speichere nochmal Dann muss ich das nicht nochmal Ah Und dort dahin kann ich speichern Okay In der D natürlich mein Schicksal Mal gucken wir mal nach Bin gespannt die drei Richter Aber gibt es da nicht einen Die immer so irgendwie einen Anwalt Nein Nein So Ne hier nicht Okay Das ist ein bisschen was anderes Okay Das haben wir so Da nehme ich mal Die meine Chaos-Thing als Anwalt Die dienen auch gut Ne blau Blau Genau Ey ich brauch blue Die drei Richter Die Könige Minos Ah Jakos Und Radam Ja danke Ja Spiel Weil Okay Die Richter haben wir Was war jetzt Also Ja toll Jetzt hab ich das nicht gelesen Warum spielt das Spiel denn selber Ja wow Na egal Ich mag das überhaupt nicht Wenn ich das Spiel Wenn man was lesen will Das Spiel Macht das selber Warum auch immer Hatte ich das immer Beinehmen können Geht los Wow War ein bisschen dumm Warum hat man das nicht gemacht Dann wird der andere Dann macht eh nichts Na egal Wenns weiß ich Dass man das machen kann Und Genau Genau Könnt ihr ganz kurz machen Aber das war doch teuer War ja Wie lange 4.000 Ah 4.000 war das Okay Genau Ich will hier mal Stube 2 machen Aus dem Controller Kann eben der Sound Hör der Schaden Chaos Zyklen Okay Das kann man noch machen Ja Bogen Ja Ich kann Ja Nice Ja Ein bisschen Ja Geil Genau Ich will hier Geil Freigeschaltet Sehr schön Die ist nämlich ganz gut Das ist immer ganz gut Wenn man so ganz kurz Mal Kreis machen kann Ich glaube jetzt geht Auch ein bisschen besser Ja Den Bogen Ich finde den Bogen Jetzt Ja Alles okay Ja Welchen jetzt Skill Weiß ich noch nicht Ist jetzt so eine Waffe Wo ich ehrlich sag Nutze ich immer ganz gerne Aber irgendwie Aber auch nicht Wow Es geht Ist halt Ne Ich glaube das schaffe ich aber nicht Probieren Ich probiere mal Ich bereue es Nein bereue ich nicht Da geht es auch Weiter Ich will ja mal nach unten Was ist hier Also Also Ich weiß nicht Ich will irgendwie nutzen Die Chaos Dinge Die Waffen Die man hauptsächlich nutzt Ne Oder ob man jetzt Ob der Schaden Die man jetzt Ich sag es mal so Die man jetzt Kommt das auch Oder was Ja kann sein Vielleicht braucht er Für auch diese 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 Waffe Diese Schwertwaffe Die wir hatten Am Anfang Oder Hier geht es nicht weiter Ähm Ja Also Mokko Glaub ich Bogen Weil Skille Kann auch Das würde ich Lassen Weil 2500 Bogen Echt hart Weiß nicht Wie nützlich Der Bogen Nachher ist Ob das wirklich So ein Ding ist Gott sei Dank Hab ich den Gehen oder nicht Gehen oder nicht So Machen wir gucken Ja Haben wir noch Zeit Das Entscheidende Das Spiel geht Äh Elf Stunden Hallo Ab Zeit Das Spiel Kaliope Oh Du bist nicht Meine Tochter Nein Aber ich weiß Wer du bist Du kennst mich Sie sagten Dass du kommst Benimmst du dich Kratos Zeige dich Hades Wieder einer Deiner Tricks Wie üblich Spartaner Irrst du dich Gewaltig Zeig dich Feidling Nicht so hastig Kratos Ganz ruhig Wir haben schon Bald Zeit Zum Spielen Wenn du spielen willst Dann komm Ich holen Oder traust du dich nicht Hades Hades Notiz einer Erquilchten Seele Ich war für ihn Verantwortlich Ich muss den Großchen Und ihm Falsch Und richtig Lernen Wer Sich In ihm Nähert Leidet Oder stirbt Seine Frau Sein Kind Sein Bruder Und jetzt ich Ich habe versagt Als Mutter Als Mensch Seine Sünden Sind meine Bestrafe mich Für seinen Fehler Und vergib meinen Sohn Okay Aller Aller Lot ist der Fall! Nicht nur! Woaa! Oh du... Oua! Was ist denn das denn für Viecher? Wer hat euch den Fein gegeben? Und weg! ok ok oh you suck oh i am it oh huh oh 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 Das war's. Oh. Okay, ach, nach unten. Ach, komm schon, ich will die. Ah, fuck, ich bin ja tot. Ah. Oh. Oh. Oh, oh. Also gleich bin ich tot, dann war's das. Oh. Oh, ich bin ja tot, dann bin ich tot, dann bin ich. Ah, aaaah. wir gehen wir jetzt zurück ab hier geht es weiter zurück ich dachte ich hatte es da unten war da geht genau oh schon das doch also bitte ah der föhlt wieder, danke Fuck. Fuck. Da. Gib die Bock. Nice. Hat die so schöner viele Punkte. Wir haben. Ich muss mein Chaos Ding nochmal erhöhen. Ich muss das Chaos Ding erhöhen. Hat sich ihm nicht gelohnt. Oh. Alles gesäubert. Sehr gut. Oh. Ja. War ein bisschen voreilig. Ähm. Genau. Okay. Nice. Nach oben. Oh Mann. Merk von der Truhe. Gott sei Dank Energie. Merk von der Truhe. Was. Was. Du stehst denn weg. Ah. Schön. Schön. Schön gespielt. Die Tiefen des Tartarus. Die Tiefen des Tartarus. Die Tiefen des Tartarus. Wo. Die Tiefen des Tartarus. Die Tiefen des Tartarus. Die Tiefen des Tartarus. Die Tiefen des Tartarus. Ah. Und Vomit. Ja. Ja. Die Tiefen des Tartarus. noch einer schlige will der schön schön dass wir überreden konnten okay und hoch Untertitelung des ZDF, 2020 weg mit dir ich sage doch ich habe teuer bezahlt beruhige dich schmiede gods geist spartos du bist sie mal an ich dachte zeus hätte dich längst umgebracht ich habe gedacht du wirst längst dieser höhle entfloren zeus hat mich zwar eingesperrt doch wegen dir muss ich in qualen leben ich habe dir nichts getan hefeistos ich verfolge nur einen olympia solange es nur ein olympia ist ich suche das feuer des olympus weißt du etwas davon was willst du damit spartan das ist allein meine sache sag schon kennst du das feuer alle waren kinder des olympus kennen es wir alle respektieren seine macht doch sein verlockendes glühen ist trügerisch weder mensch noch gott kann die tödliche flamme berühren ich will es nur finden falls du einen weg aus der unterwelt findest findest du sicherlich auch den weg zum feuer des olympus du hast mir sehr geholfen weißt das wenn ich mich herausfinde fähig auf dem weg diesem olymp ding ok gut na gut leute dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt god of war 3 remastered ich hoffe euch hat die erste aufnahme ist mir gefallen beim nächsten mal geht es weiter und ja haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss bis dann tschüssi bis nächste folge ja mit ja auch hey was so bis dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal die die Vielen Dank.